Alter, Leute, ist es bei euch auch gerade so heiß? Ich meine, ich sterbe fast. 35 Grad im Schatten. Leute, ich bin ein Eisbär, ich halte sowas nicht aus. Ich trinke momentan über 10 Liter Wasser am Tag. Und mein Humor bleibt trotzdem noch so trocken wie in Afrika ein Brunnen. Okay, der war jetzt sehr böse. Aber apropos Afrika. Das Wasser ist wirklich noch ein viel größeres Problem. Über 1000 Kinder sterben täglich an den Folgen von Wassermangel. Und ganz ehrlich, dagegen muss was getan werden. Also postet jetzt bitte ein Video auf YouTube mit dem Hashtag 916 Water, damit jeder teilnehmende Kanal 10 Euro für einen Brunnen in Afrika spenden kann. Also wenn sich das nicht rentiert, ich zähle auf euch. Oh, oh.